Schottland und Ungarn trennen sich 0 zu 1, so mit dem aller, aller spätesten Tor dieser EM und somit dem Siegtreffer können die Ungarn noch hoffen, ins Achtelfinale einzuziehen als einer der besten Gruppendritten. Es war ein Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, die Schotten hatten mehr vom Spiel, aber die Ungarn waren gefährlich, hatten die gefährlichen Aktionen und einmal war auch die Latte dabei. Also die Ungarn hätten von den Chancen her auf jeden Fall die Führung verdient gehabt, aber von den Spielanteilen her waren die Schotten besser, haben aber kaum Möglichkeiten gehabt, also konnten sich kaum was rausspielen. Die Ungarn haben das hinten super wegverteidigt, somit 0 zu 0 der Halbzeitstand. Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild, ich würde sagen, Ungarn hatte ein bisschen mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit. Man hatte einige Möglichkeiten, hätte aber auch manchmal vielleicht ein bisschen intensiver nachgehen können, ein bisschen intensiver das Ganze ausspielen können. Und so ging es bis in die Nachspielzeit, die sehr, sehr lange ging und dann kam die zehnte Minute der Nachspielzeit. Nochmal ein Angriff der Ungarn und so war es Xobot, der in der zehnten Minute der Nachspielzeit, also in der hundertsten Minute, den 0 zu 1 Siegtreffer erzielte. Es ist noch nicht klar, ob man einer der besten vier Gruppen dritten wird, aber mit dem Sieg heute hat man sich auf jeden Fall einen Grundstein und eine sehr, sehr gute Chance gelegt. Abzuwarten bleibt trotzdem, ob es für das Achtelfinale reichen wird. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!